Nein, 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 das geht doch so nicht. Meine Güte, was ist denn hier passiert? Der Zug ist ja komplett am Arsch. Also, nee, also, Zentrale, ja, aha, ja. Typ mit einem schwulen Seidenschal, einer Winterjacke, einer dämlichen Sonnenbrille und einem Hut. Okay, also ich bin dran. Äh, Entschuldigung, Sie da, mit dem schwulen Seidenschal. Sie sind doch betrunken, wer sind Sie denn? Ich gucke nur was, ich bin Kalle, ich bin Kalle. Warum haben Sie damit was zu tun? Ich habe damit nichts zu tun, ich bin hierher gekommen, ich wollte mit Gleis 9,75, bin ich fast losgefahren. Warum bewegen Sie sich so komisch? Ich habe hier, ich habe Rücken. Haben Sie was getrunken? Kommen Sie mal her, kommen Sie mal her. Nein, ich habe Rücken, ey, ich habe Rücken, ich wollte mich nur hier auf die Bank setzen. Bitte nicht anfassen, nicht berühren, bleiben Sie bitte. Jetzt kommen Sie mal her, jetzt kommen Sie mal her. Lassen Sie mal bitte die Bank los, bitte die Bank loslassen. Nein, oh Gott, was macht er da? Sie drücken mich runter. Nein, ich will das nicht, ich will das nicht, ich mache das nicht. Oh Gott, das sind alte ekelhafte Erinnerungen. Oh Gott, Kalle, lass die Bank los. Lass mich los. Sie haben doch was mit dem Zugunglück hier zu tun. Ich habe doch ja nichts gemacht, ich soll hier aufräumen, haben Sie gesagt. Gleis 9,75 um 16.03. Sie wurden gesehen, Kalle. Ich wurde nicht gesehen. Niemand kann mich sehen, ich habe Winter- und Sommerklamotten gleichzeitig an. Ich bin sozusagen plus minus null. Nein, das ergibt keinen Sinn, Kalle. Optisch bin ich plus minus null, Polizei, lassen Sie mich sofort los. Nein, ich führe Sie jetzt ab, Kalle. Sofort auslassen, ich habe damit nichts zu tun. Sie haben eine Menge damit zu tun. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der verdächtiger aussieht als Sie. Und die Zahlgewalt hebt die Faust hoch in die Luft. Hier, räumen Sie es weg. Räumen Sie den Müller mal weg, Kalle. Dankeschön. Sie arbeiten jetzt für den Startdienst, Sie sind sowas wie ein Staatssklave. Nur damit Sie jetzt Bescheid wissen, ne, Kalle? So, guck mal. Können wir den Zug da hochklettern? Wir spielen hier ein Spiel, das Kreis unbedingt spielen wollte, weil er gesagt hat, das ist das Spiel, was die Kinder heutzutage spielen. Das spielen die Leute heutzutage. Guck mal, wie sexy ich dabei aussehe. Human Fall Flats. Ich mache das nur mit einer Hand. Guck mal, wie repräsentativ. Hey, hallo. Der packt mir. Hallo, das ist aber nicht meine Arschtasche. Hey, hallo. Ey, da zieht er mir da kurz irgendwie am Hintern rum. Hallo, bitte lassen Sie mich los, junger Mann. Ich habe hier zu arbeiten. Ich habe hier Züge durch die Gegend zu schleppern. Ich schwöre dir. Kommen Sie mit. Nein, Sie kommen jetzt da. Kommen Sie in den Raum, ins Hinterzimmer. Ich will das nicht. Ab ins Hinterzimmer mit Ihnen. Nein. Nein. Lassen Sie los. Nein. Lassen Sie los. Nein. Kalle, jetzt lass los. Es passiert da hinten nichts. Du willst mich immer in deinen Geschlechtsbereich drücken. Es gibt eine Zuckerstange für dich da hinten drin. Okay, ich guck mal. Ich guck mal hier, eine schöne, dicke, große, rote. Einfach kooperieren, Kalle. Einfach kooperieren. Da passiert auch nichts. So, was ist denn jetzt hier los? Warte, warte, warte. Warum musst du immer an mir rum? Lass doch mal los. Warum musst du denn hier mit mir Händchen halten, ey? Lass doch. Hallo. Jetzt komme ich da wieder nicht rauf, wegen dir. Kann ich hier nicht klettern und springen? Warte, Moment, Moment. Man muss irgendwie Hände so hoch. Hier so drauf. Ja. Ja. Profi. Einfach ein Profi. Wie hast du das gemacht? So. Komm, ich geh. Kannst du mir helfen? Komm her nicht hoch. Ah. Ach, Kalle. Du bist ein Vogel. Sieht aus wie zwei so Besoffene, die irgendwie die Innenstadt erleben. Ich bin Polizist. Ja, auch Polizisten trinken. Ach, guck mal, hier können wir so. Guck mal, ich bin voll der Meister in dem Spiel. Der Meister. Der ist der Mann, der es mir empfohlen hat. Ja, und hat gesagt, das wollen die Kinder. Da gibt es 5000 Likes drauf. Das will ich mal sehen. Dass es da 5000 Likes drauf gibt. Ja, bei PewDiePie vielleicht, ey. Aber nicht bei uns. Bei PewDiePie? Wer ist denn das? Hey, warte mal. Hey, geh mal nicht so schnell. Nicht an den Treppen rumspielen. Hey, warte. Au, au, ey, ey. Jetzt mal ganz locker, Kalle. Hey, lass mal, lass mal. Die Polizei immer zuerst. Lass mal. Runter, geh da runter. Na, komm her. Oh, pff. Zombie. Hat der sich am Nacken gekratzt? Was machst du hier? Was machst du hier? Den Safety Dance? S-S-A-A-F-F-T-T. Guck mal, Alter. Ich mach Punching Ball, ey. Tsch, tsch, tsch. Tsch, 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 tsch. Tsch, 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 tsch. Das geht ab, ey. Warte, warte, warte. Nein, ich will nicht runterfallen. Ne, meinst du rum. Oh, das ist eine Schaukel, ey. So, komm. Ich bin voll der Meister. Kann man hier einfach rüberlaufen oder muss man den Safety Jump machen? Ich laufe wie so ein Gangster-Rapper. Skid up, G. Skid up. Skid up, G. Alter. Ja, ich hab's gelöst. Springen, oder was? Yay. Hurra. Hurra, ich bin so glücklich. Hurra, hurra. Komm, ich spring zusammen. Komm, ich spring zusammen. Ich will mich an die Hand. Ich will den ganzen Tag machen. Ich spring alleine. Ich wollte mit der Hand in Hand darunter springen. Au. Oh. 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 Ich bin verkrüppelt. Guck mal, mein Arm ist getrochen. Oh, der Rücken. Mein Rücken tut so weh. Guck mal hier. Warte. Guck mal, ich kann mir den Bauch reiben so ein bisschen. Guck mal hier. Riech mal an meinem Loch. Oh, riechst du an meinem Riech? An deinem. Hallo. Ich biete mich an. Der Brunft-Tanz. Ich bin in der Brunft. Hier. Komm, wir machen. Arsch an Arsch. Guck mal, ich mach hier Beinschere. Ich mach hier Beinschere. Fitnessübung. Ey, hallo. Der Einzige, der hier wieder arbeitet. Sitz. Komm, ist das mal hier. Wir müssen produktiv sein. Das ist ein seriöses Spiel. Ey. Komm, sei doch nicht so. Warte mal, ich muss hier eine Kiste holen. Ich fasse dir mal. Komm, streichel ich mich. Hör auf. Ja. Schweige. Zieh dich nicht so. Ach ja. Weg mit ihm. Ah, nimm mich. Nimm mich, Polizist. Nimm mich. Ah, ah, ah. Na, so ich dir. Komm schon. Ah. Nein. Nein, wieso? Er ist mir aus der Hand gerutscht. Officer down. Oh, ich bin im nächsten Level gelandet. Was? Ja, so spielt man richtig. Profi. Wie? Ich bin im nächsten Level gelandet? Das ist Killer. Ja, ich bin weiter. Und so. Ey, was? Ich arbeite hier schon am nächsten Fall. Bist du Born to be. Ich muss hier nur eine Kiste sortieren. Na, stell die doch mal dahin. Ich werde jetzt ohne dich dieses Level meistern und verlassen. Ich bin aber schneller als du denkst. Mit dir will ich nichts zu tun haben. Hör, er hat alle drei Dinger übersprungen oder was? Ja. Also, ich bringe mal eben ins finale Chapter. Ich muss hier noch richtig arbeiten. So, hier den ganzen Tag habe ich hier rumgesessen, ne? Jetzt muss ich noch mal ein bisschen was machen. Oh, hier in die Richtung. Guck mal, aber dafür löse ich jetzt schon das Rätsel. Das ist total easy für dich. Schön hier die Kiste rein geschoben. Schön auf den Knopf hier drückt, ne? Da fährst du nach oben. Dann bist du richtig schnell hier gefahren. Aber das dauert ein bisschen, ne? Jetzt kriegst du die Kiste hier nicht rüber über die Schlitze. Warte, ich mache ja auch gerade voll die wichtige Arbeit. Du kommst gleich und sagst, oh, guck mal, das schwierigste Rätsel ist gelöst. Jetzt wieder nach unten, ne? Warte. Das ist nicht dein Spiel. Nein, 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 da war eine Lücke. Ich sag her, ja. Wo ist die Kiste? Nein. Oh Gott, echt jetzt? Das ist so behindert. Das ist so behindert. Wie spielt denn sowas? Jetzt mal ganz im Ernst. Wie spielt denn so eine Kutze? Alle spielen das. Nein, das spielen nicht. Also lügst du mich doch wieder an. Ja, alle spielen das. Du lügst doch schon wieder. Ich kenne keinen Menschen, der das spielt. Keinen. Was ist denn hier los, Junge? Weißt du, die Kinder heutzutage haben die krassesten AAA-Spiele wie Spider-Man und Red Dead Redemption. Am Ende wollen alle das hier sehen. Was ist denn los mit dir? Ich bin schon hier oben. Ja, dann geh mal runter jetzt. Wie spielt das Ding da unten, wenn ich drauf bin? So, kommen Sie mal her. Guck mal, wie ich den Arsch rausstrecke hier. Richtig schön präsentativ. Warte, jetzt. Das ist ein Teamwork-Game. Warte. Was macht der da? Mit dem Mund doch nicht arbeiten. Der macht irgendwie was ganz komisch. Okay, so. Aha. So. So, jetzt schiebe ich das Ding hier rüber. Ich hole den schon mal wieder runter. Guck mal hier mit einer Hand. Der Muskelpolizist. Der fitteste Polizist Deutschlands. Hahaha. So. Kommen Sie ran, junger Mann. Ich bin der Liftboy. Guck mal hier. Was ist los? Lass uns deine Hände nehmen. Oder Huckepack. Kannst du Huckepack machen? Hahaha. Warte. Warte, warte. Alter. Parcours, ey. Monkey Man. Moment, Moment. So. Du musst es so festhalten mit beiden Händen und dann irgendwie die Sicht so nach unten machen. Ah. Warte. Okay. Fast Huckepack. Hahaha. Was soll denn das? Das war Piledriver aus dem Himmel. Passt mich an. Ah. Guck dir mal mich an. Er hat versucht, ihn selbst in den Mund zu nehmen. Ich kann den Johnny schon ganz selbst in den Mund nehmen. Das ist eine athletische Höchstleistung. Was ist das hier schon wieder für eine... Ja, geil. Guck mal, ich kann das. Oh. Ja, ganz toll. Oh. 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 Wenn du klebst die wieder an mir, dann ist das Geheul wieder groß. Hahaha. Hui. Jeder muss da einzeln springen. Hui. Hui. Ah. So ein bisschen... Oh, oh. Ich mach so ein... Ich bin irgendwie so ein Bouncer. Guck mal, ich bin den Eiern so begrutscht noch ein bisschen. Oh, warte. Ich halte mich fest. Alter, er macht eine Abkürzung. Na. Oh. Oh. Oh, nein. Easy. Jump'n' Run Master Keys. Ist da eine Medaille, wenn man erster ist? Nee, hier gibt es keine. Das ist ein Spiel, was man zusammenspielt mit seinen Freunden und Spaß hat. Nein, ich glaube, das ist competitive hier. Das ist ein competitive Activision Game. Competitive vielleicht bei dir. Nein. Das Karma wieder. Großkotzigkeit wird wieder direkt bestraft. Guck mal, hier unten ist eine Latte. Kann ich mit der arbeiten? Komm, fass sie mal an und versuch sie mal ordentlich zu rumpeln. Guck mal hier, boah, wie stark ich bin. Ey, vielleicht brauchen wir das. Wahrscheinlich. Guck mal, ich brauche mir jetzt hier eine Abkürzung. Warte. Aber vielleicht können wir die jetzt hier oben hinlegen und dann da drüber gehen. Ah, aber es ist schwierig. Reich mal hoch, die Latte. Aber hol doch mal ab, das Ding. Ja, ja, halt mal hoch. Hier. Ah, komm schon. Oh, pff. Wie ist es aus? Das Ding wiegt. Nimm es doch. Ich kann doch nicht. Gib es mir doch. Kann ich. Das ist schwer. Ich strecke meine Arme aus. Hier, 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 hier. Muss nach unten greifen. Jetzt, greif. Ich bückel. Bückeln. Was ist das? Ich habe es irgendwie. Jetzt zieh es hoch. Zieh es hoch. Ah. Oh, ich bin hier hochgekommen. Nice. Das Spiel ist so sinnfrei, Alter. Das Spiel ist absolut sinnfrei. Voll gut. Guck mal. Ich schieb das jetzt hier hoch. Abkürzung. Hilf mal beim Schieben. Drück mal von hinten. Aber vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Ich habe es nicht mehr. Ich habe es nicht mehr. Ich muss es anders packen. Ich muss es hinten packen. Hier so. Hier. Hinten drehen. Und jetzt, jetzt kannst du hier super Abkürzung gleich machen. Ja, pack doch mal an, das Ding. Oh. Nein. Zieh dich hoch. Jetzt hoch, hoch, hoch. Nach oben drücken den, den, den rechten Stick. Ja, warte. Und? Jetzt. Ablegen. Ja, loslassen. Alter. Die super Latte. Müssen wir jetzt hier nochmal latten? Ja, oder? Das sieht ziemlich weit aus. Ich weiß nicht. Wie er mich an, schaust mich so an, ey. Warte. Vorsicht. Aua. Über mit dir. Bisschen, ein bisschen nehme ich Platz hier. Aua. Hoch, du musst mithelfen. Na, hilf doch. Ihr legt doch hin jetzt. Guck mal, ich habe es alleine wieder gemacht. Ich habe meinen Kopf zur Verfügung gestellt. Ich glaube, hier braucht man wieder das Brett. Nee, hier kannst du, warte. So. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das ist ein Brettding. Mal auf, pass mal auf. Erstmal mit beiden Händen hab. Ja. 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 Ey, ich kletter hier. Na. So. Guck mal. Jetzt hab ich. Hallo. Ich stecke fest. Ja. Alter. Ja, ich dachte, das geht ohne Latte. Jetzt braucht er einfach mal eine Latte hier. Warte, warte. Ich muss weiter mit der Latte arbeiten. Das ist pures Latten-Gameplay. Das muss auch ohne Latte gehen. Ah, Mist. Hilf mir doch einfach mal. Hilf mir doch einfach mal hier hochheben. Du bist doch der Profi an der Latte, oder nicht? Ja, an der Latte war ich schon immer gut. Schieb mich doch einfach mal ein bisschen. Hilf mir mal hoch, ey. Gib mir mal eine Hand. Junge. Zieh. Ja. 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 Der will ja an mir hoch, ey. Ja. Ey. Nee, nicht mich. Lass doch mal meine Hand bloß. Musst, musst beide hier so hoch. Dann springst du und machst den hier. Dann. Nee. Nee. Ah, ich hab im Sportunterricht immer geschwänzt. War nie gut. Die Polizeiausbildung nicht geschafft, weißt du? Nee. Ich bin eigentlich gar kein richtiger Polizist. Ich hab nur so getan, als wär ich einer. Deswegen arbeite ich auch schon wieder hier mit meiner Allzweck-Latte. Hat mich auch damals durch die Police Academy gebracht, die Latte. Jetzt hat er meine Latte. Lass doch mal meine Latte los. Ja, leg doch hin. Jetzt ist er gut. Guck, das ist ein reines Latten-Gameplay. Das ist super Latte. Ja, aber willst du denn jetzt da auch noch mit der Latte, oder was? Ich arbeite immer mit Latten. Ja, aber die kriegst du doch hier im Leben nicht hoch. Ja, aber guck mal, die kannst du hier rüberlegen oder kommst du hier hoch. Wo kann man hier rüberlegen? Hier so. Einfach hier rüber. Dump dann. Oder ich schieb die hier einfach drauf. Guck mal, ich kann ja hier sogar mit meiner Latte, kann ich ja abkürzen. Das ist ja auch möglich mit der Latte. Das ist aber schon eine fiese Latten-Abkürzung. Ich muss erst mal das Ding hochheben, weißt du? Das ist Phase 1. Die Kraft muss erst mal auspendeln. Wenn wir zusammenarbeiten würden, hätten wir es schon längst geschafft. Kann man denn klettern? Alter, guck mal, ich kletter hier jetzt hoch. Ich mach das jetzt mal bei myself. Was sind denn die Klettertasten? Es gibt keine so richtigen Klettertasten. Du kannst halt irgendwie die Hände in die Luft reißen mit der... Nein! Nein! ...mit der Ansicht und dann... So hochziehen. Wieder mit der Ansicht. Du musst so ein bisschen mit der Ansicht spielen, ne? Hä? Hä? Was ist das hier? Ich hab irgendwas aktiviert. Ich sehe so ein... Ding. Ach so, so ein Tutorial-Ding. Ah, guck mal, ich bin gleich oben. Aber mit meiner Ansicht geht hier gar nichts. Doch, doch, du musst... Du musst nach oben gucken, dann hebt er die Hände. Und dann kannst du so nach vorne springen. Quasi. Und dann nach unten gucken, das heißt, dann zieht er sich hoch. Ach so, nach unten gucken. Nach unten gucken ist hochziehen. Ja gut, dann ist ja easy. Ah, guck mal, Alter, ey. Der Kletterkönig, er braucht keine Hilfe. Er macht es allein und hat das Level fast geschafft. Ich will aber auch noch nach oben. Hier ist ein Zug. Ich schaff's nicht. Meine Hände sind zu schwitzig. Wo ist er denn? Unten in der Kakaogube. Ach da, Alter. Er sieht da hoch. Ich bin so ein fetter Bulle, weiß nicht. Ernähr mich nur von Donuts. Ach du Scheiße, ist das riesig. Wow. Ja. Oh, ich glaub, hier kommen wir ohne Latte nicht weiter. Ich schaff das auch ohne. Auf. Nein. Okay. Doch. Doch, 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 doch. Nein. Wie willst du hier weiterkommen? Wo bist du? Weiß es noch nicht. So. Ich häng unten. Da bin ich wieder. Ne, das muss ohne Latte gehen. Und ich weiß auch schon wie. Ich weiß auch schon wie, mein Freund. Erstmal hier hoch. Ich. Hier hoch. Warte. So. Autsch. Da. Was machst du da? Nein, 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 nein. Warte, das muss hier rüber. Wieso muss das da rüber? Ja, weil man da auf den Zug drauf kann. Wer ist da? Das hab ich doch schon da rüber geschoben. Stand doch da die ganze Zeit. Moment. Jetzt hoch. Ey, warte, fahr nicht weg. Jetzt geh ich mal hier hoch. Da oben ist doch ein Seil. Ein Seil? Oh ja, da ist ein Seil. Ich will jetzt voll den Tarzan-Move machen. Ich will auch tarzen. Tarzan ist nur was für große Jungs. Da darfst du nicht mitmachen. Da bist du noch viel zu klein für. Boah, ich kann das Seil. Ich mach einen Rope-Swing. Ja. Da bin ich ja mal gespannt. Dann komm mal mit, schnell. Oder willst du nicht mit? Okay, warte. Du kommst ja nie wieder hin. Oh, ich muss noch mal. Oh mein Gott. Ich muss noch mal hoch. Alter, da drüben ist ja voll die Bonzenhütze. Na, komm hoch. Komm schon. Warte. Also, erste Hürde. Yay, ich hab voll Bock. Erste Hürde. Rope-Swing. Rope-Swing. Ich werde Rope-Swingen, Baby. Schau mich an. Ich hab ein langes, dickes Nudelding in der Hand. Oh, yeah. Oh, wie soll denn? Das ist so ein bisschen fishy, wenn man hier... Jetzt, jetzt seil doch mal gut. Oh, da, Alter. Ah, ja. Da ist er oben. Guck mal, hier. Oh, ich peitsche dich mit dem Lime-Swingen, Alter. Er macht da irgendwelche Kraftübungen. Oh, ich mach mich gerade warm. Uh. Eins. Zwei. Drei. Was ist denn eigentlich hier hinten in der Höhle? Warst du da schon drin? Nee, da ist nichts. Sicher? Eine Fake-Höhle. Achso, total gemäßig. Eine Fake-Höhle. Okay, sag ich mich. Okay, häng auch am Seil. Und jetzt renn, 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 renn und spring! Oh, 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 oh. Du musst pendeln. Okay, ich pendel zurück. Und zurück. Und zurück. Weiter pendeln. Nach vorne, 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 vorne. Jetzt zurück, jetzt zurück. Brauchen wir Schwung. Jetzt nach vorne. Da war, glaube ich, eine Wand im Weg. Und? Noch einmal. Oh, no. Alter, du hast es geschafft. Ich habe es geschafft. Komm schon, Baby. Komm schon. Los, lass. Trau dich. Zu spät. Nein. Wo lande ich denn jetzt? Nein, hier drüben. Du musst ohne mich weitergehen. Officer down. Officer down. Oh nein. Ich glaube, wenn man tief ist, ist es besser. Du warst tiefer als ich. Na gut, klar. Drehschwung, Moment, Hebelwirkung und bla, blub. Momentum. Kommt man auch über diese Pillars rüber? Kann ich das hier einfach wegschieben? Ich versuche jetzt den Pillarweg. Der Pillarweg. Oh Gott. Drama pur, sage ich dir. Der Zug ist irgendwie ein Gleis. Ich weiß nicht, ob ich es kaputt gemacht habe. Oh. Oh, easy. Easy, my friend. Easy. Ja, ich habe es geschafft. Ich bin da. Ich habe hier den Zug ein bisschen kaputt gemacht, irgendwie. Was ist das für ein Geräusch? Ich weiß nicht, der Zug? Ja, du machst ihn kaputt. Zieh ihn doch mal ran, hier. Ey. Zieh doch mal den Zug ran. Geht nicht mehr, oder? Nee, den hast du kaputt gemacht. Gut. Nee, da kannst du nichts mehr ziehen. Voll. 1A. Aber warte, wir könnten sowas machen hier, glaube ich. Warte mal. Guck mal. Ich hänge mich da mal dran. Ah. Ah. Ich stecke irgendwie fest. Okay, du musst dranhängen. Du musst dranhängen. Drück es, drück es. Oh. Wir drüben. Welcher Zug? Irgendwie jetzt noch weiter runter. Warte. Warte, 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 warte. Oh Gott. So. Und. Ja. Jetzt mit Anlauf. Hä? Es war doch richtig, den Zug zu schieben. Ja, wir haben es geschafft. Oh, verdammt. Die Folge endlich vorbei. Nein, ich glaube, ich hänge nicht richtig an der Kante, oder? Doch. Oh, ich habe es geschafft. Speichert. Der erste Officer, der die Afghanistan-Mauer beklimmt. Juhu. Yay, Party Officer. Oh, was geht ab? Geht es jetzt in die Burg? Hallo, ich laufe die Treppen wie ein richtig echt gesunder Mensch. Meine menschlichen Züge sind total menschlich. Alter, ist ja voll die Partybude. Oh, guck mal, richtig geiles Apartment, hä? Was war das? Oh, ja, Luxus. Keine Ahnung, ich bin gegen Glas gelaufen. So, ich hänge mich mal hier hin, ne? Auf die Couch. Geht es hier rein und... Aua. Mir geht es nicht gut. Hilfe. Ich trau ihn immer noch nicht, Kalle. Kalle, ich schlau hier, meine... Das ist meine Matratze, Jung. Boah, die ist aber staubig. Müssen wir ausklopfen, oder was? Ey, das ist meine Matratze. Aber die Folge ist jetzt vorbei. Das ist mein Schlafplatz. Oh So mit dem Gesicht Ey Er drückt seinen Dötel gegen die Scheibe Jetzt lass doch mal mein Gesicht aus Was machst du denn? Oh mein Gott, ich hör jetzt auf Wenn ihr noch eine Folge sehen wollt, lasst die Bewertung da Ich brauche es, also, ne, ganz ehrlich Bis zum nächsten Mal vielleicht Wiedersehen Bis zum nächsten Mal